Wusstest du, dass in Deutschland ungefähr 16 Millionen Menschen eine Hörbeeinträchtigung haben? Vielen davon hilft ein Hörgerät und auch immer mehr junge Leute tragen eins. Aber wer sorgt eigentlich dafür, dass das Hörgerät passt, wackelt und Luft hat? Na, der Hörakustiker bzw. die Hörakustikerin. Und das ist eine ganz spannende Ausbildung. Du hast nicht nur viel Kontakt zu anderen Menschen, denen du hilfst, besser zu hören, sondern kannst auch richtig schön deine perfektionistische Ader ausleben, wenn du Hörgeräte herstellst, einstellst und reparierst. Hört sich für dich gut an, dann ab mit dir in die Kommentare oder schreib uns eine Nachricht. Und ganz viele freie Stellen findest du wie immer auf ausbildung.de.